So, alles in Ordnung soweit? Ja. Ja, noch eine Cola hier, ist ja ganz schön die Geblubber schon raus, ne? Ne, ne, ist in Ordnung. Na gut. Ja. Ein Stück Kuchen vielleicht? Oder Spaghetti? Ne, auch nicht. Auch nicht. Ich bin kein geborener Kellner, ich bin eigentlich Schauspieler. Schauspieler? Ja. Ich habe gleich heute noch ein Casting. Könntest du kurz mit mir einmal das üben? Ich würde nochmal weggehen und du fragst mich, wo warst du gestern? Und dann zeige ich dir das mal, was ich so vorbereitet habe, okay? Okay. Ich komme nochmal so natürlich an, ja? Wo warst du gestern? Was denn? Wo ich gestern war? Wo ich gestern war und das fragst du mich noch? Nach all den Monaten, wo du mit meinem eigenen Bruder geschlafen hast? Wo unsere Mutter im Sterben lag? Du spinnst ja wohl. Sieh zu, dass du deine Jacke nimmst und rausgehst, ich will dich nie wiedersehen. Du! Pass auf! Ich habe das eher so ein bisschen leiser angelegt, ne? So wie, ähm, so leises Leid. Ja. So wie Colin Firth in, ähm, The King's Speech. Ja. Sehr leise, doch. Ja. Er hat aber auch einen Preis dafür gekriegt, ne? Ich glaube, den könnte ich auch dann kriegen. Den besten Preis, den man überhaupt kriegen kann, wenn man ein Schauspieler ist, den... Oscar. Oscar, richtig. Du hast das aber auch gut gemacht. Ja. Fuffen. 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 There's no business like, show business like, no bi...